jo leute und damit willkommen zurück zu spark challenge mit immer noch mit dem flash ja das war der erste und das musste ich auch mal wieder sagen hat ja auch gefehlt es funktioniert einwandfrei und besser ohne ob die feine ich log ein habe ich das viel das skelett hat geschossen und dann ich sollte erstmal meine die wörter sortieren wo ich mich eingelogt hat es in dem moment geschossen und der feier hat voll abgeblockt faser faser blub blub ja heizt maul wenn ich die effig komme das skelett nicht ran also er mag das immer gerne wenn ich ein bisschen ärgere damit ja das missfehl schlägt mich immer zurück ooooh weißt du was weißt du das einfach mal wieder hier stumpf sage ja für jeden daumen hoch schenke ihr auf dem zentus mal wieder mitleid aber kam noch nie was nö weil du auch schlecht bist ich bin immer zu faul mir die folgen anzugucken von dir ach klar aber nicht du bist halt nur schlecht ne ich bin flash nicht schlecht hi zombie mit der gold rusti ja trocken hättest du deswegen auch genug Mistvieh ach du kannst nicht alles immer zu jedem Mistvieh sagen ok doch besonders zu dir Mistvieh bist du Mistvieh boah ey boah ey diese scheiß skelette ehrlich jetzt kommt noch ein spider man da kommt noch ein zombie und noch ein zombie und gleich brennen alle außer natürlich die ähm äh creeper creeper ha ha ein schoss und tot cool also skelett creeper creeper hi spider ho na skelett brennst du ja ne das bringt auch spaß zu brennen oder als skelett aber trotzdem wollen die dich weiter angreifen ne ja so warum ist das ist auch kein mensch so 25 so eine klappe rein machen wenn er mit rein zu uns oder so ja ja ne einfache mutterfall aller zeiten ja 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 heißt gelehrt wie noch ins wasser rein dann bremst du auch nicht danke skelett danke weil dafür hab ich dich gekillt oh na ja so ein pfeil habe ich jetzt ähm ich hab einen bogen und vier pfeile und bin mit pfeilen überseht aber skelett danke dass du mich abgeschossen hast und darunter fällst so ja jetzt sind alle monster weg nur was da ist schade alles kleine scheut ne doch und leider haben wir die letzte folge um eine Minute überzogen aber scheiß drauf ja und ne witz wenn der sparks das beendet und wir ihn immer noch ich wollte auch grad sagen die challenge ist sowieso schon längst beendet aber wir wollten das noch fertig machen immer noch zende da kommt kies immer noch weiß nicht wie lange wir auf jeden fall noch dafür brauchen manchmal so die 80 90 folgen auf jeden fall mittlerweile jetzt wieder ja ja jetzt sowas passiert da sie halt abstürzen ja bist du abstürzt man bin abstürzt man ich bin der telefon man so wo kommt ihr noch nicht her ach hier jetzt habe ich kein holz dabei ähm ja war da drauf stärken da kann man das nicht da hin holz 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 glaube ich nicht wie immer ja 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 komm schon überall kaputte bögen aber wie war das könnte man ja so normal reparieren ne ja zack zack und zack ja fast ganz zwei da war keiner ja ja auch nicht ich muss noch mal ein bisschen ändern hier obwohl ich kann ja auch eigentlich so machen so ja stärke drauf verzauberung runter einfach neu verzaubern hab ja mal repariert und so war die verzauberung runter da ist mir egal 1 20 level also ich hab ich hab eindeutig genug von diesen bögen und sowas ja ja ich glaub ich immer noch so ein bisschen mal runter wieder in die mine weiterfahren strip mining machen mal was anderes als wenn wir in der hölle rumhängen in der hölle rumhängen ouch 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 so das nicht sollte man echt ändern dass man die presse runterkommt dann ja war nicht von dir vomeronbogen komme ich wieder zusammencraft danke schön macht das 18 pfeile finden für einfach für nix tun 15 und die peter zu natürlich auch da brauche ich ja nicht lang gehen hatte man hier kann ich eigentlich auch zu beteiligt eigentlich durchgegangen mit sagen so gehen wir mal hier und da hinten auch nix mehr hoffentlich viel mehr gut ist ja schon schön auch toll erst nicht was habe ich vergessen hallo skelett hat bei dir hier zu spawnen da kommt muss ich wieder raus hier darf man nicht so dass man nicht hier darf ich nur hingehen das gar nichts wir haben immer die kartoffeln fordern mit am meisten back switch nicht mehr nein 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 brauche ich es kommen nicht viele hier runter aber hier sind ja 12 und schon wieder ein bogen sagt kommt man hier besser runter ich sollte mal auch treppen natürlich weiß ich die fackel darf nein hör auf was hat sich eine fackeln ja tun mir ja auch sagt sagt gut nein nicht gut okay so schlecht wie du eine das nix das nix das und das sollte man die schaufel dann mitnehmen ein bisschen optimieren und ein bisschen besser läuft aber egal ein zweck reicht aber wenn ihr noch zick ist können machen wir mal ein paar drei dass die feile 33 feile ja machen wir mal ein paar treppen anderthalb stecks werden ja und wieder runter was dort mal irgendwas produktives wieder treppen setzen oder machst du ne unproduktive sachen wie immer genauso wie du ne ich baue gerade eine kleine komische farm auf ist aber nicht besser nein er bringt mich da euch da unten nicht selber um das ist mein job umzubringen sie müssen sich selber umbringen sieht am besten aus 16 level für nix tun ja ja du tust du wirklich nie was das stimmt also das ist das einfache weißt du genau ich sag eine kuchenfarm habe ich auch alles gemacht nein hast du nicht doch hat du nicht und schon sagen rechnen die treppen doch nicht aber die haben wir ja nicht diesen matt drauf der dann alles runter zu macht wieder was ja keine ahnung wie das heißt wie was wir haben der das ersetzt wieder was denn also wenn das leer ist mit neun stecken nach das ist auch in der traurig war ja so kann man besser darunter immerhin schon level 17 ja und 44 feine und vier minuten 30 40 noch 20 ja es geht ja noch ja dann genau wie viel höhe sind wir jetzt eigentlich und was machst du so produktiv ist noch jetzt gerade unterm sporen natürlich jetzt ein bisschen glas hinbauen weil ich wieder lange weile habe wie immer ja könnt ihr mal bei ihnen vorbeischauen nein einfach nur ein wenn meine folge kommt dann ist deine immer noch nicht da ne äh ja da war doch ein bisschen verzug hatte ein bisschen dank internetanbieter dank zu sehen herren internetanbieter ja recht herrlich ich sage nicht welche anbieter 2 zumindest ist in drinnen gehört er damit zu na ja und es ist nicht die 1 und nicht b b 3 es ist vielleicht 0 2 oder so vielleicht das ist schlecht hallo können mich doch nicht einfach abschießen herr skelett doch müssen die sogar nein weil du schlecht bist ich bin schon level 20 trotzdem bist du schlecht ja und ich mach einfach nix ich baue hier ein bisschen kohle ab und kann aber eben ja das ist ja so einfach macht er sich das das ist doch lächerlich ich mache mir das immer einfach weißt du bist ja auch lächerlich ne ja bin ich lächerlich ne du aber die ganze erde hier weg vielleicht sind hier irgendwo noch jemanden und warum machst du die erde weg du suhlst dich doch da gerne rum in der erde das machst du dich nicht du ach scheiße das was man vertraut sollte ich ja nicht weitergehen auch mal nützlichstens alle hallo könnt ihr euch nicht mal selber umbringen das mache ich hier für euch ok hax bei euch hier wenn ich jemanden umbringen darf und ich mein gott ich hier viel erde sogar carefully aber erde erde er werde allein geht ihm tag die und manchmal hier schlagbereit sein ich habe schlagkräftige argumente und nicht schlecht kohle mal alles abbauen was sich freigeräumt hat hat er keine stimmte ja auch schon wieder über die mehr verbrannt ist er tröste dich hallo ich weiß dass er noch 64 feiler mittlerweile oder will sie mich einfach mal so runter gehauen und du bist schlecht wie lange muss eigentlich 64 feile fahren halbe minute noch das weiß ich nicht weil du weißt weißt du bist ja das wissen du denkst weil du denkst du das gedacht dass es gedacht ist es was du gedenk hast die leute aber damit würde ich sagen jetzt zum nächsten mal